Sonst könnte ich jetzt hier nix mehr tun. Achja höchstens die Ölbogen. Andererseits wofür? Ich bin mir immer ein, dass hier immer was weiteres freigeschalten wird, aber ist ja nicht so. Warte mal. Wie mach ich denn Beton? Glaube ich brauche ich noch. Ich glaube aus dem Strand mache ich echt noch so ein Industriegebiet. Ich brauche mit Sicherheit ein paar Kolben. Also kann ich ja schon mal ein paar anschmeißen, wenn ich überhaupt noch welche habe. Eisenrohre. Oh, vier Minuten Arbeit draus. Warte mal. Was ist das denn eigentlich? Ich meine ich kann ja diese... Komm, das springt zuerst mal ein. Achtung. Folkst den. Oh. ich hab nur den aus Stein da stehen der ist aber nicht gerade größer ich hätte jetzt gedacht das ersetze ich jetzt durch durch die Stein-Dings ich weiß jetzt warum äh wo will ich ihn denn also ich will mal was ausprobieren ich komm mit Sicherheit dasselbe raus 100 pro ich brauch nochmal direkt einen Vergleich ja kommt er jetzt selber raus dann hab ich schon sonst gemacht total ungewohnt dass er hier so leer ist häng häng das sind die drei Tonen dann geht's es ist Amen. Und du? Wie lange brauchst du? Noch 40 Sekunden. Da bin ich mal gespannt, ob das jetzt gleich geht, ey. Das erzeugt ja... 200 Watt hoffentlich passt das. 200 Watt. Kann ich echt auf die Schrottdrohnen zugreifen hier? Ach schön. Jetzt ist nur die Frage, wo mache ich das überhaupt hin? Oder was? Jo. Das ist jetzt doch wie angegossen. So, bitte funktioniere. Oh. Ja. Endlich. Ja. Junge, 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 Junge. Ach, Mensch, auf! Ach, was? Ach, komm. Und nochmal runter. Scheiße! Ah! Da können wir gleich mal 20 von herstellen. Oder? Was? War das? Hallo. Warte! Äh! Mach da! Was ist mich verarschen? Sag mal. Komm! Dann leere ich das erstmal da oben mit in... Sorry, wenn da gerade alles hier so schiefläuft, aber es ist auch echt ein Witz manchmal hier. So, jetzt kann ich meine 20 Eisenbahnen holen. Kannst du mich verarschen, oder was? 16. Ist schon alles zu schwer, oder was? So, jetzt noch 4. Ich wüsste die Probleme vorzubeugen. Ich hätte vielleicht ein paar rote Pilze essen müssen. Das ist dann extra mein Magen. Aber ein bisschen leert. Zum Kotzen. Und dann... Ich habe die jetzt einfach mal so hergestellt, das Ding. Was ist das? Iron Wheel. Dass ich nicht lache. Da brauche ich mit Sicherheit auch wieder Eisen. Iron Wheel. Ja, Eisen. Das ist ein Hin und Her. Meine Güte. Na la la. Jedes zweite Gebäude hat ein Windrad. La la rohki. Eine Minute ist das schon fertig Boah, da kann ich doch genauso gut noch dastehen Aber da habe ich die Uhr von meinem 3DS hier aufgeklappt Weil mein Handy muss laden Was ist denn jetzt los? Boah, da kriege ich doch alte Bilder geschickt hier von meiner Mama Auch nicht schlecht Das zeigt übrigens ein Lala-Dackel Damals nur von meiner Oma Und wo ist denn jetzt mein Eisenrad? Da Bei der Erde, da wo es nichts zu suchen hat Äh, da Warte mal Lagerplatz nehme ich mal hier Boah, ich bin so doof, ne? Ich bin so doof Einfach immer Lol Jetzt liegt das echt da Und ich glaube das jetzt nicht Und ich bin dann hoch und runter gelatscht Ich habe völlig vergessen, dass ich das auch so verbinden kann Ich bin auch so doof manchmal Das darf man gar keiner erzählen, was ich hier fabriziert habe Äh, äh Alter Der ein oder andere wird sich jetzt im Kopf gefasst haben Oh Mann Ist das doch jetzt schon verbinden können? Was mache ich denn? Alter, ich glaube es ja nicht Ich darf mal keinen erzählen, was ich hier fabriziert habe Ich glaube es ist kein Ist das eine Wohltat Dieses 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 ME-System hier teilweise Junge, 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 Junge Warum bin ich denn immer hoch und runter gerannt? Ey, kann mir das einer erklären? Das generiert Mechanical power Through steam Aha Ach, wegen dem boiler Genau Genau, die Leiter wollte ich dann herstellen Genau Wo bleiben denn die Eisenplatten, sag mal Achso Muss, muss noch hergestellt werden Die Dinger da Ich fühle mich allmählich wie Grog bei After Humans Minecraft Der in seine unterirdische Schmiedebunker da Muss das craften, muss das craften Und das und das dafür Um das zu machen Und das wiederum Und das, ne War ja auch so ein Hin und Her Wie ich bei dem gesehen hatte damals Jaja Junge, Junge, Junge Lala, Doki Lala Doki Naja Handys sind zwischen 90% geladen Junge, Junge, Junge Lala, wenn ich hier grad so warte Aber dauert ja eh doch Bis ich was machen kann Wasserfahrt Und ich will endlich mal hier Windrad bauen Hier Was für ein Windkraftturm Die passen auch super da Aufs Meer vor allen Dingen Eine Eisenplatte Hammer Wow Ich brauch bloß noch drei Für Lev Oder wie wird das ausgesprochen Dieses komische Teil da Na komm Ich schmeiß schon mal Ich schmeiß Ich Äh Ich schmeiße das schon mal an Das Assemble Line Stimmt Da brauch ich das dafür Dann das Dann das Eieiei Screwdriver Nein, Quatsch Iron Gear Ah, das ist wahrscheinlich der Shaper, oder? Nee Nee, Quatsch Das da Nein, hier Doch der Shaper Nee, der Boiler Hä, bin ich jetzt doof Oder was? Ja doch, der Shaper Bin ich doof Meine Güte Was ist denn da los Doctura Schlaf doch nicht so rum Hier, Mensch Ach, mach doch mal Führern, hey So geht's doch auch mal gut voran Moment, ich trinke mal einen Schluck Wie geht's denn hier sur Ja, der Schaaf Ja, das ist mir Ja, der Schaaf Ja, da Wie geht's Dein Ja, der Schaaf So.